so hi und hallo mal wieder wie ihr seht öffnen wir heute wieder einen sogenannten blister und zwar von adrenalin xl fifa 365 und warum weil da eine limitierte karte dritte ist die ich noch nicht habe und natürlich von bvb und das ist pisscheck und warum das zeige ich euch mal jetzt hier weil in meiner sammelmappe habe ich erst elf limitierte das sind ja die neun die ich ja schon mal vorgestellt habe und hier zwei borussia spieler und da fehlt natürlich jetzt der pisscheck auch drin also habe ich jetzt zwölf limitierte karten und welche jetzt noch in die booster stecken das schauen wir uns natürlich jetzt mal an ab und zu werde ich mir immer mal wieder noch ein paar blister besorgen wenn da gute karten drin sind aber die brauchte ich noch habt ihr gerade gesehen ist meine zwölfte limitierte wie viel ihr habt könnt ihr mir natürlich auch posten weil und jetzt schauen wir uns die fünf booster an und wie gesagt postet mir bitte die limitierte karten ihr habt würde mich echt interessieren aber jetzt genießen wir erstmal die 30 karten die in so ein blister drinnen stecken für 4 euro 90 und wo ihr so ein blister oder fifa 365 natürlich sicher und bequem bestellen könnt werde ich immer unter dem video verlinken das ist ja heutzutage auch ziemlich wichtig dass sicher und bequem ob es denn hier alle verkehrt rum hätten dann auch alles hochwertige karten sein können schade drum aber nichts zu trotz fehlen noch ein paar basis karten und dann habe ich meine sammel mappe fifa 365 schon vollständig könnt ihr mir natürlich auch posten ob der euro schon vollständig habt würde mich echt interessieren haupte so karten verrückt seit wie ich bloß ich sage mal ja alles an karten und zeige es euch ja auch dann könnt ihr entscheiden ob es euch gefällt oder nicht dann könnt ihr sie sammeln aber das wissen die meisten ja schon von euch so vorletzte booster tütchen aus meinem blister ich glaube das war jetzt mein drittes oder viertes blister und fifa 365 was ich vor die kamera schon geöffnet habe wieder ein guter spieler ich finde die gar nicht so hochwertig aber nichts zu trotz so und hier ist sie nun das letzte booster aus meinem blister für 4,90 euro aber ich habe ja erklärt warum ich es mir gegönnt habe weil da eine limitierte karte drin war die ich noch nicht hatte und zerbrauchte dadurch habe ich jetzt zwölf stück ihr postet mir wie viele limitierte karten ihr schon habt weil ich werde immer wieder mal ein paar limitierte hier zeigen wenn ich mir welche neue besorge das war ein schöner booster wie ich finde also das waren jetzt meine fifa 365 blister ich habe es mir gegönnt wegen dieser karte weil mir die fehlte ist meine zwölfte limitierte karte und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu weiter zurück weiter 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 weiter